Du hast in deiner Fotografie vielleicht irgendwo so einen kleinen Halo-Effekt an den Rändern, weil du entweder das Bild zu doll bearbeitet hast oder vielleicht auch beim Fotografieren schon ein Fehler passiert ist. Gar kein Problem, ich zeige dir heute, wie du in Photoshop diese Halo-Effekte ganz einfach entfernen kannst. Und natürlich möchte ich dich auf meinen Adventskalender nochmal hinweisen, denn du kannst jeden Tag tolle Gewinne abgreifen. Du musst einfach nur einmal auf meine Webseite gehen, dich mit deiner E-Mail eintragen und dann bist du automatisch bei allen 24 Tagen mit in der Verlosung mit dabei. Heute gibt es zwei von meinen Büchern zu gewinnen, Fotografieren in der Stadt. Da habe ich mitgewirkt mit insgesamt sieben Autoren. Da kannst du lernen, wie du in Städten fotografieren kannst und zwar auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also das ist wirklich toll, weil hier sieben Autoren sieben unterschiedliche Ansätze gewählt haben, was man in der Stadt alles machen kann. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn du eins von diesen zwei Büchern gewinnen möchtest, dann einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen und dich eintragen fürs Gewinnspiel. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe mir für dieses Video jetzt mal ein Foto rausgesucht, was ich zugegebenermaßen etwas mit Absicht überarbeitet habe. Aber vielleicht kommt es bei dir auch schon öfter mal vor, dass solche kleinen weißen Ränder hier entstehen, wie du sie hier oben siehst. Ich hoffe, man sieht das in dem Video einigermaßen. Das kommt meistens davon, wenn man sehr viel Kontrasten hat und wenn man seine Bilder dann auch ein bisschen zu doll bearbeitet, dann können solche kleinen Halo-Effekte entstehen, wie jetzt hier vom Übergang Himmel zum Berg. Und das kann ich ganz einfach bearbeiten. Und dafür werde ich jetzt diese Hintergrund-Ebene das erste Mal duplizieren. Wichtig ist, dass man jetzt nicht auf einer neuen, leeren Ebene arbeitet, sondern man dupliziert sich einfach diese Ebene. Und dann nehme ich hier einmal den Kopierstempel. Und dieser Kopierstempel, da könnte ich jetzt einfach hergehen und das Ganze kopieren. Aber das Problem ist dann, dass ich natürlich den Himmel hier auf den Berg kopiere. Wenn ich jetzt aber den Modus von Normal auf Abdunkeln stelle, bedeutet das ja, dass ich nur Stellen, die heller sind als die ursprünglichen Pixel, die ich ausgewählt habe, dann tatsächlich auch dunkler werden. Alles andere wird davon nicht berührt. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dieser Berg hier, der ist ja dunkler als der Himmel. Das heißt, wenn ich jetzt mal mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste bei Windows, ich kann jetzt hier auch die Pinselspitze mal ein bisschen kleiner noch machen, die Härte ist so in Ordnung. Aber wenn ich jetzt hier einfach mal die Alt-Taste bzw. die Optionstaste drücke, dann nehme ich mir ja hier ein paar Pixel auf, die ich quasi nutzen möchte als Quelle, um die dann hier drüber zu kopieren. So, und dieser Himmel ist ja hier heller als der Stein. Und dieser kleine Halo-Effekt hier, der ist natürlich heller als das, was der Himmel hier ist. Und jetzt kann ich einfach einhergehen und hier mit gedrückter Maustaste einfach einmal rübergehen. Und es ist auch völlig egal, ob ich jetzt hier so ein bisschen über den Stein rübergehe, weil der ist ja wie gesagt dunkler. Das heißt, mit dem Modus Abdunkeln wird er hier gar nicht betroffen davon sein, sondern wirklich nur die Stelle, dieser Halo-Effekt, der jetzt halt wirklich heller ist als der Himmel. Aber nicht dort, wo der Stein ist, weil das ist ja wieder dunkler als der Himmel. Und von daher mit dieser Methode, mit dem Modus Abdunkeln, kann ich ganz einfach diesen Halo-Effekt hier entsprechend entfernen. Ich würde immer eine Stelle mir raussuchen mit dem Kopierstempel, die möglichst nah dran ist. Und dann einfach mit gedrückter Maustaste hier einmal so ein bisschen drüberfahren, wieder was Neues auswählen, zack, und dann hier entsprechend wieder drüberfahren. Also immer so ein bisschen gucken, dass man jetzt hier nicht zu viel nimmt, weil jetzt hier zum Beispiel ist schon so eine kleine Stelle entstanden. Da sieht man es dann relativ schnell, würde ich jetzt hier nochmal zurücknehmen und nochmal neu arbeiten. Aber ich denke, du hast verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und so kann man relativ einfach dann auch entsprechend diesen Halo-Effekt dann entfernen. Ich zeige dir nochmal ganz kurz, guck mal jetzt hier in die Mitte. So sieht es bearbeitet aus, so sah es vorher aus, und so sieht es bearbeitet aus. Also, da haben wir diesen schönen Halo-Effekt dann damit auch entfernt. Und wenn man jetzt hier so kleine Stellen hat, ich habe jetzt hier mit einer Härte gearbeitet von fast 50 Prozent, ich kann diese Härte natürlich auch komplett runternehmen, dann wird das Ganze noch ein bisschen schöner und man sieht es vielleicht am Ende nicht mehr ganz so doll. Das war es mit diesem Video, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und an dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis auf den Adventskalender. Jetzt in der Weihnachtszeit kommt, ja, wie du schon mitbekommen hast, jeden Tag ein Video und wir verlosen jeden Tag tolle Sachen. Heute, wie gesagt, zweimal das Fotografieren in der Stadtbuch. Würde mich freuen, wenn du teilnimmst und wir sehen uns dann morgen wieder.